Du bist also eine Ratte. Erzähl mir, wie ist das denn? Hey, gib das wieder her! Ich hüpfe! Ich hüpfe einer Ratte hinterher, die mein Ohr geklaut hat! Psst, streng geheim. Gleich startet die Top-Secret-Show hier im Disney-Channel. Gruselige Monster. Herzlich willkommen auf der Welt, du Kleidung! Es geht mir gut! Cool, ein Biber mit Markettensäge. Gefährliche Zwerge. Hier ist alles möglich. Wollen wir noch ein bisschen weiterschreien? Willkommen in Gravity Falls, heute 18.55 Uhr. In Gravity Falls geht's auch online rund. Spiel jetzt mit Mabel und Dipper monstermäßige Games. auf Disney-Channel.de Werbung Werbung Ende Die neue Serie im Disney-Channel. Kinder, ich habe eine Überraschung für euch. Wow! Er heißt Stan. Und er war vorher im Tierheim. Oh, danke. Ich habe mir immer einen Hund gewünscht. Doch dieser Hund ist anders. Bitte gib mir Hundefutter! Hat er gerade was... gesagt? Äh, nein. Ich meine... Wuff! Treff den Hund. Auf keinen Fall dürfen Mom und Dad davon erfahren, der einen eigenen Block hat. Kann man das Ding auch ausschalten? Puh! Endlich bin ich Mitglied einer Familie. Dann kann er reden! Nein, 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 nein. Das kann er nicht. Na gut. Und senden. Hund mit Vlog. Heute 19.50 Uhr im Disney-Channel. Es ist lustig und sexy. Und außerdem war Hausfrauen sehr beliebt. Bei denen im Fernsehen? Nein, bei echten Hausfrauen. Die gibt's noch? Von den Machern der Gilmour Girls. Die neuen Folgen von New in Paradise. Heute um 20.15 Uhr.